Hmm, zeig mir mal eine Herzeigung. Achso, können wir schon wieder. Wenn wir da auch gehabt haben, können wir irgendwas Neues kaufen, aber es wäre mal wieder zu schön, um wahr zu sein. Ich hätte eigentlich immer eine Runde noch machen sollen. Wir wissen ja eh alle, wer da ist erschreckt. Ich habe sicher, dass du gehört hast. Ich regalte. Nein, ich hörte nicht. Die Firma-Reporten nicht mehr zu sagen. Auf TV? Sie sprechen nur über Sephiroth. Aber Sephiroth war in der Nähe. Ja, wenn du in deinem Gehirn schaffst. Na, daweil ist noch nicht alles. Oh, komm mal. Daweil... Daweil ist noch nicht alles verloren. Angeo und Genesis' Home-Town ist ein Village. Ich habe das jetzt eher mehr so ein bisschen durchskippen. Sorry. Wenn ich einfach nur mal ganz kurz mit den Leuten mal kurz durchgequatscht haben möchte. Bam bam bam. Vielleicht löse ich ja das ein oder andere Ereignis ja noch zusätzlich aus, was... Passt. Haben wir das auch geklärt. Na gut. Ja, dann ab in den Ausstellungsraum. Zeig mal her. Wenn wir schon... Ja, da war ja auch damals mal was mit dem Ausstellungsraum. Wir wollen ja nur mal was kurz dazugesagt haben. Wow. Was für ein wunderschöner Arsch. Ich bin überrascht, dass Shinra etwas wie das durch die Skye fliegt. Ah. Hätt auch zufällig auch was sein können. Wie zum Beispiel mit... Hörst. Du. Digi. Schaust du mal in dem und dem Raum vorbei. Aber da kann ich eh reinschauen. Aha. Da haben wir eh was zum tun. Da haben wir eh was zum tun. Da schau dir das an. Oh. Hallo da. Ich bin sorry. Aber für einen Office-Romancen habe ich entschieden, es muss ein Shinra-Exekutiv oder besser sein. Ah ja. Guten Tag, Sir. Willkommen zu der Shinra-Bilding-Information. Bitte komm, sieh mich. Any time you have questions concerning the Shinra-Bilding. Ja. Ja. Das war mir sowieso klar, dass ich mich treffen muss. Aber wir werden wahrscheinlich öfters einmal durch das ganze Gebäude durchgehen müssen, damit wir auch hier auch schon brav alle Missionen finden. Ja. Ja. Das geht mir jetzt so gut. Ja. Die sind so hilfsbereit. Hm. Nette. Nette Damen. Jungs. Ja. Wir werden das spezielle Potion. Die generelle Publikum noch immer noch einen Preis darstellt. Aber wir sind Soldiersmitglieder und Shinra Troops. Wie geht denn Sie, Sir? Das kann man Ihnen gleich sehen. Wie geht es Ihnen, Sir? Bitte Sie möchte ich Ihnen nicht. Ich möchte Sie wissen, wie Sie da ist! Ich möchte Sie, Herr. Aber es hört sich gut an. Das ist jetzt eigentlich im Prinzip wieder nur das gleiche, weil das haben wir ja eigentlich eh schon gemacht. Und wir haben eigentlich quasi, wir könnten eigentlich quasi... Okay, fitter ist wie gedacht, okay, okay. Würde mich jetzt aber wirklich interessieren, wie oft ich das jetzt machen kann. Was kommt diesmal raus? Okay, ja. Noch fitter gehen, ich denke. Passt ja, alles klar. Ich habe so das Gefühl, dass ich jedes Mal zu der Tante wieder zurückrennen muss, wenn er sagt, ja, das, das oder das. Ich glaube, stört mich eh nicht so unsgeheim, aber dennoch. Jetzt bin ich aber mal gespannt, welcher Raum war das? Ja, von dem sind wir eh gekommen, von dem, bei dem waren wir schon, dann müssen wir zu dem da. Passt. Ja, da kommen wir eh auch mit dem Lift, dass wir dann das dritte, was wir auch hätten, aussuchen können. Den geben wir ja, den Armagas. Was willst du denn? Und wollen wir sich diesmal fetzen, oder was? Fühlt sich einfach irgendwie komisch, falsch an. Ich dachte, dass ich mich glücklich wäre. Entschuldigung. Zu viel passiert, zu schnell. Zack. Ich bin Angst, dass ich wieder deine Unterstützung brauche. Du hast noch eine andere Anwendung auf mich? Meine Entschuldigung. Alles klar. Ich fülle dich in, Zach. Aber bevor das, geh in die Prüfung und verändere dich in eine 1. Klasse-Uniform. Zeig mal her! Neue Rang-Uniform, let's go! Das ist kein Unterschied. Na, hey, man sieht eh auch einen Unterschied. Oh, das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Oh, ich halte dich. Im Hauptmenü, die wissen alle, was ein Hauptmenü ist. Okay, ich habe einen Tag, wir sind in der realen Welt, aber entscheidet jeder ein Hauptmenü am Start. Vielleicht sogar Feuer und Heilung. Das wird sehr praktisch. Da kann man sich spielen. Oh, geil. Oh, geil. Jetzt ist es definitiv ein bisschen einfacher. Dann ist es definitiv wenigstens ein bisschen einfacher. Heilung ist nie schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konzentriere mich da mal in dem Fall mehr auf das hier. Jetzt einmal, für den Anfang, für den Anfang, konzentriere mich mal lieber mal auf das. Beziehungsweise, ob ich nicht vielleicht sogar das eine. Ah, okay. Hm. Kann ich auch gleich mit dem das eigentlich quasi kombinieren. Schade. Aber ja. Nimm ich gern. Kann man, kann man trotzdem machen. Ja, kann man trotzdem machen. Kein Thema, kein Thema. Kann man trotzdem gerne machen. Feuer. Hm. Kommt nur ein ganz normales Feuer raus. Plötzlich kommt einfach mein Blitz. Aus Feuer und Eis wird Blitz, Digger. Feuer klingeln. Ja, ja, ja. Muss ich leider fusionieren. Muss ich leider fusionieren. Ja, die Feuer klingelt, die taugt mir. Oh, das eine mit dem anderen. Aber trotzdem wieder nur 10%. Er erhöht nicht wirklich den TP-Wert. Vielleicht brauche ich da noch mehr Sterne. Ja, ja. Das wird es vielleicht eher sein. Hm. Alter. Alter. Oder wir beginnen erst mal lieber mal mit die TP. Und schauen, dass ich da vielleicht auch mit Feuer, Blitz und das Ganze da vielleicht eher noch ein bisschen steigen kann. Dann mach ich mal das Eis da fertig. Hätt ich gesagt. Kommt. Ja, da hast du halt die Qual der Wahl. Da hab ich jetzt wieder die Qual der Wahl. Ich muss nehmen, ich muss nehmen, ich muss nehmen. Aber lass mich so. Lass mich so. Lass mich so. Lass mich so. Lass mich so stehen. Takt mei. Takt mei. Kann man sich schon wieder austoben. Hey now. Are you sure you know enough about Materia Fusion? Ne sicher. Geh mich schon hin und auswendig aus. Das ist sicher. Was hat so zuerst denn da? Materia Fusion ist noch eine neue Technologie. Einige Kombinationen und Resultate haben noch nicht versucht oder herausgefunden. Das ist der Grund, dass wir euch experimentieren wollen. Und wenn ihr eine neue herausgefunden habt, lass uns wissen. Klar doch. Gerne. Ciao, ciao. Verpiss dich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir wieder für eine Information herholt haben. Let's go caret für einen Einzeltaten. Auf komplett auf abgehoben. Na ja, sexy, hei. Steht man. Jeden Uhrzeit kommt, dass sie aus so eine geile Ausrüstung kriegen, wie er, war ich noch gehört. Ja, verstehe ich irgendwie. Aha. Und er wird zu reden, falls wir ihm treffen. Das ist ein Grinser, immer. Das ist ein Grinser. Ein Intruder. Wo? Close. Sephiroth, der Präsident. Zack, Entrance. Ja, du hast es. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Let's go. Wer ist denn da so deppert und greift da? Alter. Was ist denn nicht so deppert? Ja, du musst sicher jetzt aber trotzdem nochmal spaßen. Ich bin gespannt, wie er da unten auf uns wartet. Jetzt wollen wir vielleicht sogar so rechnen. Ja, safe die Etage überprüfen. Sofort, wir überprüfen alles hier. Hi. Wer sind die da? Ah, die da. Na dann. Wir sind nochmal so nett. Alles klar, wer sind denn die da? Mit bloß keinem Schaden und alles drum und dran. Was war das? Was? Du wirst nicht wissen? Das war ein Intruder-Neutralisation-Mech. Also warum war es die Arbeitnehmerinnen? Es war nur berserk. Für Reise, das ist unklar. Es gibt andere. Ja, da wird sich jemand relativ gut reingehackt haben in das ganze System hier. Und dann, brrrtz. Vielleicht sogar ein guter Hauberer. Wer weiß, wer weiß. Oh, ey, da liegt schon einer. Jetzt auch noch ein Brust und Hüfe oder geht's eh? Er liegt einfach da, aber kann eh noch reden. Also scheiß ein Kind, der tut eh noch so. Der tut eh noch so. Wie wäre ein Meier? Ja, so ein Pisser. So ein Pisser. Fertigkeitssieg. Aha. Ich hab so jetzt das Gefühl, dass der ein paar mehrere schlechte Tage hat. Du bist ein Einwanderer. Du hast einen Schlüssel. Hör dich dir an! Wenn du schlecht für ein etwas tun willst, trainier' harder! Ich bin... Entschuldigung... Für dich. Ich komme! Vielleicht sind sie eh gar nicht einmal echt. Wer weiß, jetzt in dem virtuellen Raum und alles drum und drum. Wer weiß, wer weiß. Ich würde das so lustig finden, wenn die plötzlich irgendwas aktivieren. Ich fiel in irgendeinen Raum oder sonst was. Wort, Wort, Wort. Ich hab schon quer gehabt, die Blitzer und alles. Wort, 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 Wort. Wort, 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 Wort. Wort, 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 Wort. Da kann ich auch wieder nur Blitz aktivieren. Das ist ja fahrt. Nur Blitz, ein Blitz. Habt ihr euch die Dinger gemeiert? Das ist wichtig. Aha. Passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm her da. Oh, das war frei. Das war frei. Das hat es geschmeckt. Das hat es geschmeckt, Alter. Das hat es geschmeckt. Oh, Feuer ist aber geil. Wir haben sonst, glaube ich, eigentlich hauptsächlich nur... Schon wieder Feuer. Schon wieder Feuer ist gestiegen. Kommt da los. D, was? D, G. Ich glaube, wir holen wir da was ganz, ganz Bestimmtes. Sicher? Jawohl. Ja, dann mache ich es gegen ihr. Dann mache ich es lieber gegen ihr. Mega-Flare. Zeig mir her, was du kannst. Ich hoffe, dass ich wenigstens endlich mal von dir Ruhe habe. Und der war ein bisschen nervig zu bekämpfen. Muss ich weiter gestehen. Das war schon noch... Ah, okay, wollte ich sagen, es wäre geiler, wenn wir mehr attackieren können, du bis sieben können, aber da schmeckt. Da schmeckt sie richtig. Was, Flügel haben die auch schon? Ja. Die Kopien haben auch in Sektor 8 genannt. Los geht's. Äh, wen haben wir denn da schönes? Na, Hallöchen aber auch! Die kennen wir ja von wo? Uuuuuh, das ist praktisch. Wie nett. Soldiers haben Probleme. Reno. Rude. Just say the word. Gold. Yes, Sir. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Duck. You're a Turk, too? I'm Sisney. I'm Zack. Pleasure to meet ya. Zack. Zack. Aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer. Aha, wie nett. Son, Zack. Ich muss gehen. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell hinter hier. Ah, Glücksstern. Aha. Aha. Schön, dass das auch gleich mal gestiegen ist. We're looking for a man named Hollander. Did you find him? Detainer. Ja, das hab ich schon mal mitgekriegt, dass du nachher suchst. Ja, ich weiß eh. Ich darf da wieder nicht entlang gehen. Man dachte, ich bemühe mich einmal. Schau mich um, etc. Nix, Alter. Da kriegt gleich einer entgauschen, Alter. Wenn ich mir einmal umschau. Ja, Activating, Alter. Da gibt's nur Activating. Oh, yeah. 35% zusätzlich mal wieder. Ha, wala. Feuertechnisch ist Wahnsinn, Alter. Sorge wegen Aufziehen, aber irgendwie komischerweise ist jetzt meine Nase wieder zu. Ha, ha, ha. Kommt genau richtig. Kommt wirklich genau richtig. Kommt wirklich genau richtig. Gerade jetzt auch. Na, wollen wir mal wieder ein bisschen Feuer unterwintern. Ha, ha, ha. Ja, die Glückssträhne. Komm her, Glückssträhne. Komm her da. Ja, die Vitra ist gestiegen. Richtig. Da würd ich aber auch gerne in dem Fall wissen, wie viel Heilung da... Ah. Für was hab ich mich da jetzt umgeschaut? Für das, dass ich trainieren kann, oder was? Dass ich vielleicht... Könnte ja einen Stufeabstück kriegen, oder was? Oh, gut, dass ich den anderen noch miterwischt hab. Der... Der war sexy. Der war richtig sexy, dass ich den anderen miterwischt hab. Was haben wir denn da drüben? Du musst schon wieder stillen gehen. Ja, na gut, dann halt nicht. Du willst einmal stillen gehen und dann lassest du's dazu. Dann lassest du's auch von dazu. Die Hundlinge. Ohhhh... Eis. Ja, das sag ich jetzt einmal nur dazu. Was denn? Er hat der Whale? Da kam was. Na, brauch ich nicht. Natürlich, dass ich diesen ganzen Bonus und alles drum und dran hab. Weil ich das nicht zusätzlich noch aktivieren. Oi. Oi. Ich komm schon. Bin schon da. Bin schon da. Brauch ich noch ein paar Blitze machen. Dann passt das schon wieder. Könnt schon wieder weglaufen. Und dann werden sie aufgehaktet vom nächsten Gegner. Alles klar, das ist jetzt. Also näher schon wieder die nächsten da. Na schön, schön, schön. Das ist sehr, sehr praktisch die Fähigkeit. Ja. 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 Ich gebe dir meinen Lieblingsschutz. Ja, bitte. Oh ja. Danke für den Schatz. Und dann Effi nicht. Ich hab das ja noch nicht mehr so sieben. Was ist das denn? Das ist ja auch noch ein An tomarmerum. Ich hab das noch nicht mehr so praktisch. Ich hab das noch mit mir gedacht. Ich hab das noch nicht anders gesagt. Ist das, wie sag ich schon mal. Ich hab das noch nicht gemacht. Wie viel? Ich hab das noch nicht gemacht. Was bin ich als Kanäle. Jetzt bin ich zum Beispiel. Und dann habe ich euch auch noch nicht gemacht. Aber du kannst ja mal gewohnt nix. Kritischer über kritischer. Oh! Genesys! Nein! Die Kopien? Und der macht auf. Was weiß ich, oder? Der hat leider mal irgendwie... ...so quasi... ...irgendwas interessantes an sich. Der redet nicht. Der darf nur so ein lächerlicher Schrotflinten. Aber das kennt er vielleicht wenigstens schon. Er nimmt den Kampau aber irgendwie auch nicht wirklich gerade ernst, gell? Weil... ...wenn mir das jetzt gerade so ausschaut... ...das ist überhaupt nicht ernst, weil der hat die ganze Zeit... ...die Hände im Hosen-Sack. Das gefällt mir nicht, Havra. Das gefällt mir nicht. Oh, yeah! Der ist gar nie im Leben, der echtes Handy. Sind sie jetzt schon so weit, dass ich... ...quasi den eigentlich quasi komplett... ...ersetzen können? So halbert! So halbert ersetzen können! Der hat das nicht mal ansatzweise ernst genommen. Erstens, ganze Zeit die Hände im Hosen-Sack. Hat nix geredet. Ja, in dem Fall kann es sowieso auch noch mehr Kopie sein. Das ist sowieso klar. Aber ich find's arg, wie weit diese Kopie eigentlich schon quasi gehen kann. Wenn ich ein Kind hatte... ...wenn ich immer wollte... ...wings... 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 ...wverreußt der Forbey, für die die Dimension... ...leags, die keine Ahre theta alte. ... Ich hoffe, dass wir sehen, ob wir sehen, oder nicht nur Auftritt. Ist es lieb? Das könnte die sogenannte Szene sein, die wir davor gesehen haben, meiner Meinung nach. Es gab es da selbst nicht, das D- Es gab es da selbst nicht, das D-